Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns wieder an zwei Fiebespringen, und zwar in Plafille. Ich reite dort das letzte Mal dieses Jahr einen FM2. Daher muss ich wegen den zu vielen Gewinnpunkten das FM3 nehmen. FM2 ist ja 80cm, FM3 90cm. Und der Grund, warum ich nicht so gerne FM3 reite, ist, weil dort meistens sehr, sehr wichtig startende sind. Also wir reden hier von 2, 3, manchmal 6, wenn es wirklich herkommt. Das macht halt nicht ganz so viel Spass. Aber ja, ich kann nicht machen, ich habe 2 Punkte, ich muss nicht da hoch. Aber jetzt, heute ist noch einmal FM2. Und da sind 2 Prüfungen an mehr Zeitmässig. Äh, soweit ich weiss, keine 2 Phase. Und ja, im Plafille sind wir auch schon gewesen. Letztens bin ich dort 2 Mal A ohne Zeitmässig geritten, habe 2 Mal 0 gehabt. Also super Voraussetzungen. Und ja, vielleicht kenne ich sonst das Video noch oben, von letztem im Plafille, dass ihr euch schon schauen könnt, wie der Platz aussieht. Und es ist ein schön Sandplatz. Also müssen wir heute mal nicht stehlen. Das Wetter spielt noch nicht so ruhig. Es ist nämlich nicht so schön. Also sind wir froh, dass es auf den Sand ist. Und ich versuche euch immer mitzunehmen und wünsche euch jetzt viel Spass bei dem Video. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020